Die besten 5 Waschmittelaufbewahrungen für Ihr Zuhause Ich habe mir den Roto Albula Bio Mülleimer 6 Liter mit Deckel und Henkel für die Küche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Kunststoff, PP, ist BPA-frei und die Farbe Blau Anthrazit sieht sehr modern aus. Der Mülleimer ist sehr robust und hat eine sehr gute Qualität. Der Deckel und der Henkel sind leicht zu bedienen und machen den Eimer sehr praktisch. Der Eimer hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern und ist 23,5 x 20,0 x 20,8 cm groß. Ich kann diesen Mülleimer jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und hochwertigen Mülleimer sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Biaukinbo 2 Etagen unter Waschbeckenregal. Es ist ein sehr praktisches und robustes Produkt. Es hat 4 Haken und 2 Tassen, die es sehr einfach machen, Dinge in der Küche zu organisieren. Die Schiebeschublade ist sehr nützlich, um kleine Gegenstände zu lagern. Es ist auch sehr einfach zu montieren und sieht in meiner Küche sehr gut aus. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin begeistert von meiner Nostalgic Art Retro Vorratsdose L. Es ist ein tolles Geschenk für Nostalgie-Fans und das Vintage-Design ist einfach wunderschön. Die Dose ist aus robustem Blech und hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern. Ich benutze sie, um meine Lebensmittel aufzubewahren und sie hält alles frisch. Ich liebe es, dass das Design das Motivwäsche auf der Leine zeigt. Es ist ein sehr praktisches und zugleich schönes Produkt. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir vor kurzem den CityLife 2er Pack luftdichte Hundefutter Vorratsbehälter gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind aus robustem Kunststoff und sehen sehr gut aus. Sie sind auch wasserdicht und luftdicht, sodass das Futter länger frisch bleibt. Der Messbecher ist ein sehr praktisches Feature, sodass ich immer die richtige Menge Futter abmessen kann. Ich kann diesen Vorratsbehälter für Katzenfutter auf jeden Fall empfehlen. Die Roto Albula Aufbewahrungsboxdeckel ist ein sehr praktisches Produkt. Sie ist aus recyceltem Kunststoff, PP, hergestellt und in transparent Anthrazit erhältlich. Die Box hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern und misst 23,5 x 20 x 20,8 cm. Ich benutze die Box, um meine Schreibwaren und kleinen Gegenstände zu verstauen. Die Box ist sehr stabil und leicht zu öffnen und zu schließen. Zudem ist sie einfach zu reinigen und passt perfekt in mein Regal. Ich kann die Roto Albula Aufbewahrungsboxdeckel nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.